Darf man zwei Schwestern heiraten als Mann? Oder habe ich das mit Othman falsch verstanden? Allahi Dik, Othman hat die Rukia erstmal geheiratet, dann ist sie verstorben. Rudwallah Aleyha. Dann hat er Umkulzum geheiratet. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, nachdem Umkulzum auch starb, dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn ich eine dritte habe, dann werde ich ihm geben. Othman Rudwallah, deshalb nennt man Othman Zulnurayn. Aber zwei Schwestern darfst du nicht zusammen heiraten, das steht doch im Koran.